Hallo und herzlich willkommen hier bei smartfian20.net mit einem weiteren Video für euch. Heute habe ich mal ein Video für euch und zwar ist das hier ein Gewinnspiel extra für euch. Wir haben uns überlegt, was können wir nochmal raushauen. Dieses Mal wird dieses Gewinnspiel nur hier auf YouTube auf diesem Kanal hier stattfinden. Was könnt ihr gewinnen? Das zeige ich euch jetzt mal zuallererst und dann wie der weitere Ablauf ist. Ja, was gibt es zu gewinnen? Und zwar ein total geniales Gadget von UD. Und zwar hier in dieser kleinen Tasche, die hier drin ist, ein Tool für euch Selbstwickler. Oder für alle, die noch Selbstwickler werden möchten. Also hier habt ihr wirklich alles. Das Ganze sieht aus hier wie ein Schweizer Taschenmesser. Genauso ist es auch konstruiert und aufgebaut. Ihr habt halt hier wirklich alles, was ihr benötigt. Das heißt wirklich eine Zange hier oben dran zum Abschneiden der Drähte. Wir haben hier eine Keramikpinzette drin und so weiter und so fort. Das schauen wir uns gerade mal im Detail an und dann geht es weiter mit den Gewinnspielbedingungen. So, wie wir jetzt sehen können, es kommt also jetzt hier in dieser roten Tasche drin. Da drin enthalten natürlich hier direkt zum rausnehmen das Tool an sich selber. Das schauen wir uns jetzt gerade mal kurz an. Also hier oben nochmal das UD-Logo in rot gefasst, in schwarz an den Seiten natürlich abgesetzt. Ja, auch mit diesen Nieten hier. Das sieht also wirklich genial aus. Haben sie echt schön gestaltet. Wenn ihr das Ganze dann aufklappt, Prinzip eines Taschenmessers natürlich, dann befindet sich hier jetzt oben zum einen natürlich diese Kneifzange, um die Drähte abzuschneiden, die überstehen. Bei dem, was ihr hier gewickelt habt natürlich. Dann haben wir natürlich noch weitere Teile mit dran. Dann gucken wir uns gerade mal hier an. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel auch Keramikpinzette. Das Ganze einfach ausmachen. Die anderen Teile tun wir jetzt erstmal gerade wieder rein. Dann haben wir hier zum einen eine Keramikpinzette. Ja, also auch wirklich eine tolle Geschichte. Für mal eben schnell die Wicklung im Micro-Coil-Verfahren da einfach mal kurz nochmal nachzudrücken. Ist natürlich auch mit drin. Genauso wie diverse Schraubendreher, wie hier in dem Fall ein Kreuzschraubendreher. Oder halt da nochmal eine Pfeile. Und nicht zu vergessen, für den nächsten stammtisch natürlich hier noch ein Flaschenöffner, der natürlich auch noch mit dabei sein muss. Auf der anderen Seite befinden sich dann auch noch ein paar Teile. Zum einen natürlich hier nochmal das typische Messer, was natürlich auch nicht fehlen darf. Dann haben wir hier einen Schlitzschraubendreher, der natürlich mit dabei ist. Der darf natürlich auch nicht fehlen, je nachdem was wir da im Einsatz haben. Dann hier zu sehen natürlich nochmal einmal Imbus. Ja, viele Geräte haben ja diesen Imbusaufsatz, deswegen dafür ist der auch ganz gut. Zum anderen hier auch nochmal ein Kreuzschraubendreher, damit wir zwei verschiedene Größen haben. Darf hier auch nicht fehlen. Und natürlich hier die Schere, um die Watte zu schneiden. Also wirklich hier ein komplettes Set mit allem, was man braucht. Wirklich schön gemacht und gut gelöst, weil wirklich alles zueinander passt. Wir können alles hier vernünftig reinpacken. Haben hier dann auch wirklich ein platzsparendes Tool für unterwegs. Das sieht man ja richtig schön, dass die Teile alle innen liegen sind. Wie gesagt, wie so ein Schweizer Taschenmesser. Eine sehr große Zange, Kneifzange für die Drähte abzustecken. Und das Ganze einfach zusammengeklappt. Wirkt wirklich schön. Auf der Rückseite befindet sich dann hier noch die Schlaufe. Für das Ganze am Gürtel zu machen oder an irgendeine andere Tasche zu hängen. Also wirklich hier ein sehr schönes, geniales Gadget. So, jetzt habt ihr mal kurz gesehen, was alles da drin enthalten ist. Also wirklich von UD hier so ein richtig geniales, kleines, handliches Gadget mit einer Tasche dabei. Für unterwegs optimal. Dann brauchen wir nicht diese großen Kästen oder so mitzuschleppen. Alles hier drin, schönes Gerät. Wie läuft das Gewinnspiel ab? Also ihr müsst auf jeden Fall schon mal zuerst 18 Jahre alt sein. Natürlich Abonnent unseres Kanals. Wenn nicht, einfach da oben nochmal auf Abonnieren klicken. Dieses Video hier liken und kommentieren. Dass ihr gerne dabei sein möchtet. Einfach einen Kommentar da drunter posten, was ihr auch möchtet. Oder mit dabei oder was auch immer. Schreibt es einfach mit unten drunter. Das Gewinnspiel läuft dann hier genau eine Woche. Danach wird die Auslosung kommen. Die Auslosung findet dann statt über ein Zufallsprinzip. Mit allen Kommentaren, die hier ersichtlich sind. Dann werden wir den Gewinner natürlich benachrichten darüber. Und ihm das Teil dann natürlich zuschicken. Wie gesagt, nochmal im Kurzüberlauf. Also Abonnent sein. Ihr müsst 18 Jahre alt sein. Kommentieren. Daumen hoch könnt ihr gerne machen. Wichtig ist aber hier der Kommentar. Da wir da die Auswertung drüber machen werden. Und dann wird der Gewinner nach einer Woche von uns benachrichtigt. Das Gewinnspiel-Endvideo wird natürlich hier auch wieder hochgeladen. Dann findet ihr auch den Gewinner da auf jeden Fall drin. Einen Teil verlosen wir. Eins für euch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wünsche euch viel Glück. Und bis zum nächsten Video. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.